Hallo mein Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge APEX mit dem Strubbel und, und wech. Der suchtet ja auch jeden Tag, aber echt. Stimmt gar nicht. Nur jeden zweiten, oder was? Nee, heute spielt er das erste Mal. Hm. Dann muss das andere Team gerade hin, das ist noch das letzte Sprung, ja. Äh, die gehen Sumpf raus. Ja, das mache ich immer. Ja, die gehen nach unten. Ich hatte gerade für einen Bruchteil überlegt, dass ich das so rückwärts sind. Wer weiß denn, es sind zu spät. Ja, ach, Slums gehen auch. Boah. Natürlich. Dankeschön. Fürs Wäuher absitzen. Ja. Bitte. Ja gut, bringen wir nicht viel an, die lootet hier gerade gegen mich. Hä 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 hä. So wie immer. Ja, okay, Strubbel, mach den Geheimtrick. Ja, ich brauch den ganzen guten Shit. Ach so, und ich nicht? Da unten liegt deine Mosambik. Kannst du, weißt du, ich bin heute mal... Äh, nein. Ich dachte mir, die, die pinke Rüstung, die ich da gerade gesehen habe, die war wichtig. Hier ist gar keine, mein Gott, hier ist gar keine Kuhlewaffe. Ich habe einen Rucksack. Hallo Simon, na klar sieht man das, sieht man mich auf der Gamescom, so. Was habe ich denn gerade? Eine Automatik, okay. Kann mal jemand eine coole Waffe callen, wenn der einen hat? Ja, was verstehst du unter cooler Waffe? Etwas... Mosambik? ...cooles. Ja, Mosambik. Entschuldigung. G7-Scout. Ja, zum Beispiel. So ein Rucksack wäre immer was Schönes. Puh, haben wir noch guten Weg vor. Die habe ich schon. Braucht jemand noch einen Rucksack? Äh, ist mir gerade zu weit weg. Ich brauche mal wieder das Übliche, ne? So weißt du, was das heißt. Turbolader? Ja. Ja, wenn ich ein Haar finde, sage ich dir nicht Bescheid. Hahaha. Dank. Bitte, bitte. Finde ich sehr gut. Ja, es ist so... Wir beide... Oh, Rucksack. Sehr schön. Wie sieht's noch aus? Wie weit muss man laufen? Ach, du Scheiße. Ganz schön. Ja, ich sehe schon. Ich ziehe den Rift jetzt einfach mal Richtung Pit. Ja. Und dann fast Pit, Bunker, und dann grob Richtung Mar. Ja. Da ist er wohl weg. Ja. 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 Anni. Anni. Da kannst du... Typisch Anni. Ja. Ja. Ich sag auch Danke. Also, wir müssen auf jeden Fall noch ein sehr großes Stück. Aber ich würde sagen, wir gehen zum Ballon, oder nicht? Kann mal... Okay. Ah, geht ja noch einigermaßen von der Strecke. Was denn? Äh, wenn ich mir... Ach so. Spy. Okay. Wenn wir zusammen zocken, dann ja. Aber so random Leute hätte ich nicht einfach. Ist Hemlock jetzt eine gute Waffe, oder nicht? Mhm. Ich mag so. Dann aber auf Einzelfeuer stellen, und dann kannst du das Ding halt spammen. Wieso... Okay, dann... Es sind hier... Das ist der Punkt, der sie halt interessant macht im Moment, dass die ähm... im... Zone kommt. Ist die im Einzelschuss... halt echt nicht gebunden, das ist wirklich... Das ist einfach... Die schießt so schnell, wie du... äh... halt klicken kannst. Okay, ich will doch mehr Richtung Market, als ich dachte. Ah, wir sind ja fast in der Zone. Nur noch ein bisschen. Jo, Flo, bye! So. Schlüssel Richtung Osten direkt. Mhm. Oh, hier war noch keiner. Komm. Aber gut. Gibt's hier coolen Stuff? Ne, wichtigste Frage für einen coolen Stuff. Ja, ihr seid ein bisschen weiter als ich. Was ist da? Hier. Äh... Prauna? Hast du die jetzt aufgenommen? Ne. Oh, feiner? Fossil, hier. V.I.L.T. R.I.L.T. R.I.L.T. R.I.T. 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 Ich glaube, ich glaube, jemanden zu schießen. R.I.T. 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 Danke. Ist gelockt? Fuck. I'm down, bro. Komm, kannst du zurück? Ne, ne? Ich? Ja, ja. Ich lenke mich mal ab. Ich bin hier. Ah, natürlich hat er den gerochen, ey. Schlucke Blei! Anni ruht sich wieder auf der fahlen Haut aus. Ja, ja. Oho. Oho. Strobel! Ah, komm. Mann, oh. Werden wir wenigstens down here? Ich hab einen Kill. Ah, okay. Dann hast du ihn. Ah. Ich hab null Kills. Ich möchte meine Damage zahlen. Ich hab einen Levelaufstieg! Juhu! So, Leute. Das war's mit dieser Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!